hey leute und herzlich willkommen ich wollte nur kurz sagen die let's plays werden heute ein bisschen später rauskommen wahrscheinlich zu gegen 19 uhr aus dem einfachen grunde ich habe keine league of legends folge und habe mir das aus dem grunde ich kann das mal zeigen hier verloren 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 ihr versteht sich was ich meine ihr seht auch hier never guess smurf ich habe da auf einem smurf gespielt weil ich mit jemandem was gemacht habe wir wollten was auf dem smurf testen leider sind partout nur gegen smurfer aus gold und platin online gewesen das heißt wir hatten keine chance gehabt was zerreißen und darum werde ich jetzt kurz was machen und die folgen kommen dann heute gegen 18 19 uhr raus gegen 19 uhr raus so verzeiht mir ich wollte das im video machen damit ihr euch nicht wundert und vielleicht gefällt es euch ja sogar bis dahin adios